Einmal. Ich liebe es. Ja, okay, okay. Das ist schön, das ist schön. Darf ich sagen, was ich will? Was du willst, darfst du sagen? Äh, 8. Patsch. Patsch. Mach Hochformat. Mach Hochformat. Mach Hochformat. Mach Hochformat. Und geh nur nach hinten ein bisschen noch. Genau. So, I'm gonna ask these guys, how they will rate me. So, first of all, is it okay, you gonna be on camera? Is it okay? Yes, yes, yes. Okay. Okay. So, rate me from 1 to 10. What do you think? Woohoo! Woohoo! I think... You start, yeah. I'm first, yes? Yes. Okay, I think... I think... 8. Patsch! Patsch! I think 8. 8. Okay, what do you say? Also, also, also 8. You also 8? What do you say? 8. It's like... It's like... 8. What do you mean? I don't understand. If I had a dick, would you still rate me an 8? It's okay. It's okay. Yeah. It's okay. They are my boys, you guys. It's okay. Why do I care? I have not a dick. Okay. It doesn't matter for me. I love it. Can I check? Can I check? He said, can I check? Okay, wait. Go for it. I'm kidding. Okay. Okay. Okay, me too. Amazing. Okay, so nice to meet you. Okay. Darf ich sagen, was ich will? Was du willst, darfst du sagen? Was du willst, darfst du sagen? Alles sagen. Bist du bereit, Kameramann? Ja. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, ja. Kein Problem. Mach wie du... Mach Hochformat. Mach Hochformat. Mach Hochformat. Mach Hochformat. Und geh nur nach hinten ein bisschen noch. Genau. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, ja. Kein Ding. Okay. Wir haben eine nette, hübsche Dame neben uns. Aha. Wir werten sie eins von zehn? Acht. Acht? Aha, danke schön. Und? Wie läuft es bei dir mit den Damen? Bist du ein Reißer? Enjigo? Ah, gerade nicht. Gerade haben wir andere Pläne, weißt du was? Urlaub, Sommerurlaub. Sommerurlaub. Ich helfe dir dabei. Wir ändern. Ja, gerade einfach genießen, so weiß ich mein. Ja, ich verstehe. Nicht so viel. Schulferien. Ja, ja. Wir haben uns richtig durchlegen lassen. Pause muss man machen. Ja. Jetzt gerade einfach München. Ich bin gar nicht von hier, weißt du. Okay. Ich bin hier einfach Urlaub mit meinem Cousin. Wollen mal ein bisschen gucken, Stachus, was hier abgeht. Deswegen noch locker. Und was gefällt dir jetzt so an ihr? Was würdest du mit so Damen, wie sie machen? Oder wie würdest du sie ansprechen, kennenlernen? Oder was wäre dein Wunsch oder Gedanke davon? Also ich weiß nicht. Also mit sowas, jetzt ehrlich gesagt, habe ich nicht jetzt viel. mich damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber, keine Ahnung. Ich würde die einfach jetzt ansprechen, wenn sie jetzt. Na gut. Einfach so normal ansprechen. Gucken. Einfach nett sein. Einfach. So am Ende, wenn die auch Nein sagt. So am Ende hat man trotzdem gefragt. Dann laufen wir einfach weiter so. Es ist ja nicht so, dass ich die jeden Tag sehe oder so. Weißt du, was ich mein? Also generell jemand, den man generell anspricht. So weißt du. Man sollte schon die Eier zeigen und wenn nicht. Und dann war halt so, weiß ich mein. Und wenn jetzt eine Dame so oben frei ist zum Beispiel, zieht das nicht an? Ja, also, das ist eine schwierige Frage. Also ich komme jetzt aus, weißt du mal, ich bin hier nicht geboren. Anderen Kreisen. Anderen Kreisen. Genau. Und ähm. Ich weiß nicht. Also bei uns wird sowas nicht gerne gesehen, weißt du. Aber halt einfach. Weiß nicht. Wäre es vielleicht für Anderen, um anzuziehen. Ja? Ja? Voll cool. Alles gut. Soll ihr die Überraschung sagen? Also würdest du mich auch daten, wenn ich einen Dick hätte? Wie gesagt, ich komme halt aus anderen Verhältnissen. Okay. Eher nein. Eher nein. Das ist ehrliche Meinung. Ja. Naja. Kann man nichts machen. Danke dir trotzdem. Aber ich würde trotzdem. Ich würde trotzdem. Einmal geht schon, oder? Noch ist noch. Nein. Also das mit diesem Teil da auf gar keinen Fall. Ja. Alles gut. Ich habe es gar nicht verstanden eigentlich. Hast du es verstanden? Ja. Achso. Ich habe es kein Englisch. Krass. Ja. So heißt es, man. Haben wir in Englisch aufgepasst. Okay. Stabil. Danke dir. Kein Ding. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja. Alles gut. Alles gut, man. Und? Ist es gut? Wie gut? Ja. 1 bis 10. Lecker? Ja. Alles gut. 1 bis 10. Wie viele Punkte? Ja. Wie viele Punkte? Mein Deutsch ist nicht gut, aber... Lecker. Gut? Ja. Was? Schon. Gut. Gut hier, gut hier, gut hier. Was gut? Alles gut. Alles? Ja. Ja. Richtig. Willst du einmal so? Ja. Normaler ist klar. So einmal so? Ja. 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 Er würde, Leute. Er würde. Er würde. Was? Willst du eine Busse hier geben? Nein. Ja. Du willst Action jetzt. Gib mir Action. Eine Busse hier. Oder hier? Ja. Dann gib eine Busse hier. Backe, gib eine Busse. Alles gut. Ich dir. Aber ja. Okay. Danke dir. Alles gut. Schönen Abend dir. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Okay. Ja, aber das ist ja lecker. Dieser Biergeschmack im Mund noch. Knutschen. Musik. So, so, How would you, is it okay that you are on camera? Like is it okay filming? Uh huh. Perfect. Wie würdest du meinen gesamten Blick aufsetzen? Wie sehe ich? Sehr schön. Sehr schön? Ja. Ich liebe es, unglaublich. Was magst du die besten? Woher bist du? Ich bin Frankfurt. Frankfurt? Frankfurt, ja. Okay. Und was magst du die besten? Deine Bons? Deine Bons? Deine Bons? Alles. Okay. Alles ist okay. Would you still date me if you know I'm trans, that I have a penis? Yeah. Would you date me still? Sorry? Would you date me still if you knew I had a dick? No. Yes. Any idea? Which time? I have a penis. Yes? You like it? Okay. Danke. Ist es okay, dass du dabei bist? Ja, natürlich. Also. Von 1 bis 10, was würdest du bewerten? Ähm. Ich weiß nicht. Schon einen 9. Ja. Was kannst du dir so vorstellen? Was findest du am besten? Ich weiß nicht. Also du hast ein schönes Gesicht. Auch einen schönen Körper wahrscheinlich so. Also. Aber ist mehr das Gesicht, was dich anzieht oder was anderes? Also. Sie hat schon. Sie hat schon einen guten Körper so. Also. Man kann. Man kann nicht so. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also sie hat schon einen guten Körper auch. Ja. Also beides auf jeden Fall. Möchtest du einmal berühren? So mit kleinen Fingern so. Ja. Warum nicht? Du hast einmal angefasst. Einmal. Oh. Willst du auch einen Kuss auf die Wanne geben? Ich? Wollen wir? Ein Kuss auf die Wanne? Ja. Ah. Hast du vielleicht deine Zigarette bitte? Ich rauch nicht. Du störst gerade unser Video. Hast du Zigarette? Nein. Keiner raucht von uns. Und? Könntest du dir was Ernstes vorstellen oder? Auf jeden Fall. Also ich bin Single so. Achso sind das nicht deine Freundinnen? Das sind meine Freundinnen, ja schon. Viele von einer aber so. Nein, nein. Das sind nur Freundinnen so. Und deswegen. Ich bin Single so. Ja. Man könnte sich schon kennenlernen so. Würdest du sie auch wollen, wenn das ein Mann wäre? Wenn das ein Mann wäre? Ja. Nicht so. Nicht so. Nein. Nicht so. Das heißt, ein bisschen geht noch. Ja. Ein bisschen schon, oder? Oder gar nicht? Nein, nein. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Oh Mann. Ey, das verletzt mich gerade voll. Aber ich würde ihn, glaube ich schon. Ich würde jeden. So. Ja. Bist du ein Mann, oder was? Oh mein Gott. Oh shit. Aber er sieht weiblich aus. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, schöner Körper, schönes Gesicht. Was sagt er? Er hört nur zu. Er hört nur zu. Okay. Was denkst du? Willst du es erzählen? In meiner Meinung? Ja. Seven. Seven. Amazing. Was magst du und was magst du nicht? Was magst du und was magst du nicht? Was magst du und was magst du nicht? Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht mag. Okay. Das ist cool. Ja. Aber du siehst groß und schön. Danke. Ja. Amazing. Okay. Ja. Gib mir eine 7. Ist okay? Okay. Dankeschön. Danke. Bye. Deine letzten Worte und Message an die Leute? Meine letzten Worte sind folgt mir alle auf Instagram. Christian unterstrich OSK unterstrich. Genau. Check mich ab. Ich grüße meinen Cousin Mo. Ich grüße Yunus. Der soll auf jeden Fall mit Jim durchziehen und abnehmen. Mikael ist ein Jumurta. Und ja. Einfach gib Gas. Gib Gas. Motivation ist da. Das ist ein Freund. Feier durch. Bye. Wuhuuu. Wuhu.